Die Leute lieben mich! Herzlichen Glückwunsch zu deinem großartigen Spiel heute. Kann man sagen, bei El Jalous ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Bist du angekommen jetzt hier in Kiel? Ja, ich bin heute gekommen in Kiel und ich bin zufrieden. Er ist zufrieden. Er wollte doch gar nicht. Ich weiß, dass deine Eltern heute hier in der Hande gewesen sind und sich dieses Spiel angeguckt haben. Ein kurzer Gruß mal in die Kamera, Mama und Papa. Lieber Gruß, wir haben meine Eltern. Jürgen, es ist schön, dich bei uns zu haben. Und auch du bist natürlich. Ich weiß gar nicht, magst du das überhaupt? Dann musst du es weiter verschicken. Ist ja bald Weihnachten. Bei El Jalous!